So, kleine Wanderung wieder. Heute in Goslar unterwegs. Geht rauf auf den Steinbergturm. 460 Höhenmeter sind das durch. Und hier kommen auch gleich die ersten Hindernisse. Wieder unterdurch oder oben drüber? Ich weiß auch noch nicht. Ich glaube, mit unterdurch. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.